Das ist ein Spiel, das kurz im Herbst 1968 aufgelegt wurde. Und das ist ein Barrikadenspiel. 1968, es ist wie ein bisschen Merch, ärgere dich nicht. Dann wird man aufgehalten von Barrikaden, muss man wieder zurück, muss man wieder nach vorne und so weiter und so weiter. Und das hat alle Ingredienzen und Bilder des Mai 68 in Paris. Das ist unheimlich witzig und das symbolisiert einfach auch, dass eben diese Revolte was Spielerisches hat. Also das ist eine Auszeichnung, die mir von Frankreich verliehen worden ist. Das ist hier die Ehrenlegion. Le Chevalier de la Légion d'honneur, den ich in den 80er Jahren auf Wunsch von dem französischen Staatspräsidenten Mitterrand bekommen habe, übergeben vom französischen Außenminister im Außenministerium, für die Arbeit, die ich geleistet habe, Aufdeckung von Essverbrechern und besonders damals die Affäre von Klaus Barbie. Also das sind Auszeichnungen, die mir der französische Staat gegeben habe. In Deutschland habe ich noch nichts bekommen. Also ja, also erstmal die meisten von den Sachen, die ich hatte, sind schon irgendwo verteilt in den verschiedenen Ausstellungen. Das übrige, das meiste ist dann noch bei dem Hamburger Institut für Sozialforschung. Und das übrige ist in einem Lagerhaus in den USA, weil ich jetzt mein Haus dort verkauft habe und im Amtlich keine Wohnung habe. So, meine sagen, sind in einem Lagerhaus. Ja, alles, was ich von der damaligen Zeit aufbewahrt hatte, habe ich kurz vor der iranischen Revolution mitgenommen in den Iran, weil ich endlich in meiner Heimat leben wollte. Aber nach einer gewissen Zeit, da ich in Opposition war zu dem neuen Regime von Ayatollah Khomeini, da wurde ich verfolgt und meine Wohnung wurde beschlagnahmt. Und alle meine Erinnerungsstücke, Manuskripte, Bücher, 10.000 Bände, Bücher, alles ist beschlagnahmt worden. Und meine ganze Geschichte der damaligen Zeit ist weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017